Akkuschrauber vom Discounter oder vom Markenhersteller. Ein günstiges Angebot im Supermarkt abzugreifen scheint oft verlockend. Jedoch kann es schnell passieren, dass diese Geräte schnell defekt sind. Das Hauptproblem bei den günstigen Akkuschraubern vom Discounter ist oft nicht der Bohrer selbst, sondern die Ersatzteilbeschaffung. Was kostet eine Akkubohrmaschine? Wie viel sollte man nun für einen guten Schrauber ausgeben? Je nach der Häufigkeit der Verwendung und nach dem Nutzer sind unterschiedliche Geräte. Empfehlenswert im Folgenden sortieren wir nach Typen. Was für Alternativen zum Akkubohrer gibt es? Ganz klar, die klassische Bohrmaschine. Hierbei gibt es die Schlagbohrmaschine und die Säulenbohrmaschine. Der augenscheinlichste Unterschied zwischen den beiden Geräten ist die Stromzufuhr. Wie im Namen schon enthalten wird der Akkuschrauber mit einem Akku betrieben. Wo kaufe ich meine Akkubohrmaschine? Es gibt verschiedene Anlaufstellen, an denen man einen Akkubohrer erhalten kann. Dazu gehören neben dem Fachhandel, Baumarkt oder Supermarkt auch Online-Shops oder Second-Hand-Geschäfte. Kann man einen Akkubohrer auch mieten? Ja, für kleine oder kurzfristige Projekte kann das sehr sinnvoll sein. Ist aber auch zum Ausprobieren und warm werden gut geeignet. Viele Baumärkte bieten Geräte zum Verleihen aus. Man kann dies oft schon auf den Webseiten der Märkte in Erfahrung bringen und sich einen Schrauber reservieren. Was für Akkubohrmaschinen gibt es? Es gibt verschiedene Akkuschrauber, die sich in ihrer Funktionalität unterscheiden. Akkuschrauber wird dabei gerne als Überbegriff für verschiedene Typen verwendet. Bei einer speziellen Suche nach einem Gerätetyp empfiehlt es sich also die Unterschiede zu kennen. Welche Maschine ist die richtige für mich? Akkubohrschrauber sind am beliebtesten. Sie kombinieren die Eigenschaften einer Bohrmaschine und eines Akkuschraubers in einem Gerät. Wie funktioniert ein Akkubohrer? Grundsätzlich hat ein Akkubohrschrauber eine geringere Drehzahl als eine Bohrmaschine. Außerdem verfügt sie über eine Kupplung, an der man einstellen kann, bei welchem Drehmoment es die Arbeitsspindel stillgelegt werden soll. Wie funktioniert ein Akkuschrauber?